hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu fallout new vegas und wir haben eine aufgabe die ich nicht nur weiß wie sie lösen soll zahltag die bücher brauchen wir nicht ja ja sehr schön haakler mal noch dazu Sehr schön. Keines Bonuslevel hier. Ich kann auch noch mit in die Kamera. Sehr schön. Eine Lunchbox. Ich kann fast überladen. W-Flaschen bringe ich auch nichts. Ja, da war es doch schon wieder. Ja. Alter, ich dachte echt. Wir haben eigentlich noch eine... Ich weiß nicht genau. Wie man hier Koordinaten rausfindet. Wie kann ich Ihnen dienen? Denn... In den Sonstigen steht drin. Und zwar... Herr Paladiner, Matisse und Herr, erkunden Sie die Ruinen bei den Koordinaten 0,004, 9,265 und stellen Sie sich als Sekundärsicherer an der Liste, gehe ich dann vor Ort zusammen. Und das 0,004 ist. Von daher... Ich glaube, das allgemein nur so... Äh... Irgendwo... Bahnhof... Bahnhof... Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof... Ja, genau... Und wo das sein soll... Wall... Waffenschieber... Na, die Wall Street 30 ist mir schon so ein bisschen... Auch das hier... Slowen, das hier abzuschließen... Black Mountain ist auch noch hin... Also ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Aber ich habe keine Ahnung... Wie kann ich Ihnen dienen? Oh, die Klappe. Welche Ruinen, die da genau meinen. Weil ich noch nicht genau weiß, wie gesagt, wie man... Also können wir ja gucken auf der Map. Also hier stehen nirgendwo Koordinaten. Nein. Nein, das wäre vielleicht mal hier ein bisschen das im näheren Umkreis absuchen. Was ist das hier mit Ruinen, mein? Kann ich mir zwar nicht ganz vorstellen... Waffen wechseln? Warum? Bleibt ihr mich an? Ich habe doch noch nichts getan. Ganz kurz, ja. Ähm... Aber die habe ich ja jetzt Bock. Ne... Duschung... Und... Ach, ich habe schon drauf. Und, 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 und... Wie ist es denn noch? Und, 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 und... Going sanitäre 5-3-4-4-4-4-3-5-4-5-5-4-4-4-5-5-6-5-5-6-6-5-4-5-5-6-�ze-7-6-7-6-55-1-6-7-5-6-7-6-5-5-5-7-9-6-7-6-7-6-5-7-6-5-5-7-7-6-6-7-7-8-6-6-7-9-5-4. Vom何? Music eu gerade varit und, 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 und,und tags. Fremos erst einmal? Und, und ich mach jetzt! Z already? Stop Surprise! Just da muss bitte, halt eine Junge mal, oder? Soll aber jetzt reichen. Schöner Heddy jetzt noch, ist ja noch cool. Was schießt der eigentlich auf uns? So, aber jetzt gibt es ja ein Schöner Heddy. So. So. So cool, dass die Installation wieder vollgehalten ist. So. 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 Okay. Dann können wir ja jetzt zusammen basteln. Das ist eine Pistole. So. 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 wieder ankommen. Irgendwas muss hier noch sein. Aber naja. Ach, Mädel. Gucken wir mal mal das Gebäude hier vorne. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn sie nur laufen könnten. Sieh ich doch. Was sind so für Drogenkaktus? Na ja. Könnte auch Ruinen sein. Na ja. Mal gucken. Was haben wir denn hier so schönes? Raststätte. Grappengalp. Willkommen im Grappengalp. Das ist ja dort. Nur ein kleiner Rastplatz, den ich und mein guter Freund Loop gebaut haben. Letzter Halt vor New Vegas, erster Halt nach New Vegas, sage ich immer. Ich ein paar Fragen stellen. Kann man hier irgendwo Waffenrüstung kaufen? Es gibt wohl ein paar Orte. Aber ich habe gehört, dass die Waffenschieber die besten verkaufen. Oh ja. Richtig ein Arzt. Dr. Yusanagi hat eine Klinik die Straße hoch. Hast du vielleicht noch ein paar Dings? Was kann ich sonst noch für Sie tun? Gebt die mal her. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die da drin. Danke. Bis später. Sie brauchen Wasser? Ich habe welches frisch. Falls Sie etwas knapp bei... Ja ja. Woher bekommen Sie das Wasser? Die RNK hat das Rohrnetz ganz gut instand gesetzt. Und Wasserhändler wie ich dürfen etwas entnehmen zum Verkauf. Nur mit einer Wasserlizenz natürlich. Trotzdem ist immer noch besser, als runterlaufen zu müssen zum See. Gibt es viele Wasserhändler in der Gegend? Es gibt ein paar Unabhängige wie mich. Aber meist handeln die großen Handelsunternehmen mit Wasser. So wie die Kaminrote Karawanen-Kompanie. Hm? Schiet. Sollte ich etwas über New Vegas wissen? Sie lassen nicht jeden auf den Strip. Aber auch in Freeside kann man sich eine schöne Zeit machen. Aber, äh... Passen Sie gut auf Ihre Kronkorken auf. Aha. Schrei mal über die Unheil, oder? Die sind ein Haufen Irrer, die alle möglichen Drogen nehmen. Benutzen anscheinend eine der alten Vaults als Versteck. Die Armee sollte da einfach reinmarschieren und sie ausräuchern. Aber ich fürchte, die haben im Augenblick mehr als genug zu tun. Was wissen Sie über die RNK? Ihr Hauptstützpunkt ist da drüben, beim alten Flughafen. Camp McCarren heißt das jetzt. Manche Leute behaupten, die seien bloß ein Haufen Schläger. Ich bin allerdings froh, dass sie da sind. Sie tun, was sie können, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Äh... okay. Mach... Auf. Ja... Gib mal her. Akzeptieren wir natürlich. So. Ein Vergnügen mit Ihnen. So, jetzt muss ich kurz mal auf die Map schauen. Und zwar... Captain McNairon, Wachenschieber, Vault. Mich interessiert eigentlich am meisten die Vault. Muss sicherlich sein. Wollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen? Weil... Wir haben jetzt doch... Oh, ein Gegner. Keine Vault von innen gesehen. Ups, sah ich das? Was? Ja, schön. Ich weiß. Ich weiß. Becker. Was? Ups. ist ja easy das wollen wir nicht töten müssen kalt gab es nicht mal so ein perk für tierfreund oder so haben wir nicht so wo wir alle durch haben so ein bisschen gekämpft kann man sein ihr wollt ja ab schon ab schon ab schon ab schon hat auch über 34 reinkommen oder so wenn du cool da hätte ich echt bock drauf noch weit weg irgendwo jetzt hier hinter den berg rechts hier schon ja irgendwo muss jetzt da sein oder irgendwo hier kann man auch vorstellen dass hier bestimmt irgendwelche Mistviecher rumkrabbeln hier 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 Sack wieder noch abhauen Tierfänger ran eins wo muss gleich mal an extra was wir können besonders gut mit toten Tieren umgehen und erhalten einen Schatz muss gegen lebenden lebende extra war es das war ja so wahrscheinlich nicht auf der gerade ja vielleicht showen wir uns noch was oder augen so brennen das lag daran dass ich halt geraucht habe und es war qualmt war der band ich kann gerade echt nicht gucken ist das würde ich dann nehmen wir noch ein ding rein ein ein nicht nein oder so oder Was ist das? Ach, der Kuss. Okay. 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 Ist auf jeden Fall nicht gesund. Wo ist der blöde Eingang? Langsam. Haben wir hier ein Problem mit der Strahlung? Holt Bewohner. Okay. Ich brauche mal eine andere Waffe. Das ist mir hier gerade ein bisschen. Gib mir mal... Das ist ein Problem mit der Strahlung. Sehr schön. Warum sind hier alles von der Gule? Das ist ein Problem mit der Strahlung. 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 das großhorn 30 jungen 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 15 sekunden du das 1 2 3 4 5 6 mussten reichen das habe ich doch genommen Was ist das denn? Vorhinein, 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 vorhinein. So, gerade sind es bei 32 Minuten. So, wir müssen auf jeden Fall gleich mal ein bisschen was wegschmeißen. Wo ist das? Ich habe etwas auszusehen mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. So, liebe Leute, dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen schitzekleinen Cut. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst was Leckeres da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Winke, winke!